So, willkommen zurück zum nächsten Part, zu Fall Out 4. Das Inventar kann ich noch nicht zugreifen, irgendwie. Das wird wahrscheinlich schon auch kommen. Das ist ein scheiß Vieh, Alter, hier. Drücke die Maus, um anzugreifen. Sehr schön. Riesen-Kakerl-Haken? Was zum Teufel? Das stimmt hier nicht. Vielleicht, ja. Erstmal alle abschecken hier. Aufstea-Memo. Wand abspülen. Ja, das ist ein 75-Statik-Game. Äh, ja. Sehr, sehr interessant, aber nicht wichtig. Ja, äh, sitzen wollte ich jetzt nicht. Ja, ich hab's nicht. Ja. 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 Na ja, nehmen wir mal mit. Man weiß ja nicht, wie das, äh, außen aussieht. Oh, so muss er nicht. Oh, so muss er nicht, muss er auch nicht. Das sieht dann schon sehr, 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 äh, geplündert aus. Ja, wenn du mal schon seid, ja. Da haben wir alles mit denen. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ist natürlich schlecht. Schlecht für uns. Weiter. Hier. RUM-Generaton, genau wahr? oh ich glaube der liegt schon etwas lange hier passiert wo sind alle genutztes klemmbrett wer weiß ob wir das alles brauchen ich habe bezweifel aber machen wir halt mit rücker link alt vielleicht nehmen wir mal mit kakerlaken so fangen wir erstmal hinten hier an immer wenn ich hier wasser trinke schon die energie die millimetern verdrohen ist ja nein wir hätten immer auch mit verschwunden damit und wo handeln ich hole ich mir später ist das alles was noch übrig ist so aus mein freund im pack stellen bis zu 30 prozent deiner maximalen gesundheit wieder her heilen verletzte körperteile und können zu favoriten gemacht werden drücke 0 oder 4 um eine verrückten gegenseit zu nutzen jetzt machen ja anweisung für auf schein tot es wird zu ermitteln ihre mitarbeiter werden großfristig mit der überwachung grundlegend katipulier und kollektiver funktions betraut da kein umständ darf der schlafzustand unterbrochen werden dies schließt die anbindung lebensrettender maßnahmen ein ihre mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen hin zur coordination oder vorzeitiges aufwecken werden als kapitalverstöße angesehen ungenutzte kriokammern werden bevorzugt zur entsorgung schwäbischer überreste verwendet ihr könnt ja hier selber mal ein kleines stück lesen dann lasse ich das hier mal ein bisschen länger laufen weil ich hab nämlich kein bock mir das hier all großmütig hier vorzulesen entwarnung und evakuierung nach einem nuklearen zwischenfall bewacht wowtech die vorfläche nach anflächen für eine täte gefahren die erhöhte strahlung feindliche streitkräfte naja das hört sich alles wahrscheinlich nicht so gut und alles aufseher logbuch so viel hätte kann man halt gar nicht evakuierungstunnel wird geöffnet bitte bewahren sie alle aufzeichnung und forschungsergebnisse mitarbeiter auf wenn sie sich an ihren vorgesetzten und weitere anweisungen erhalten ja schön da man padrone natürlich mit Ah, okay. Yo, ja, Kopp. annehmen Ah, okay Ah, verpiss dich. Ihr seid alle radioaktiv, alter Ah, verschwindet Ah, wiss ich so scheiße Boah, euer Fleisch nimmt natürlich hier eine Wir haben jetzt anwesend und schießen und damit muss ich noch ein bisschen vertraut machen Nur um zu schleichen, wenn du dich verbögst, richtig ist du Boah, mei die Lichtsätze, nah, komm da drauf rein und bewege dich mit Hilfe von Kevs Block Okay Oh shit Ah, warte mal Ach, hier war ich schon. Ah, wir sind praktisch genau Die Tür, die nicht zuwaffeln, okay Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Oh Gott Ah, gute Frage, ey Wiss nicht, ob man hier mit den Müttern sparsam umgehen muss Ey, das ist nämlich nur eine Sache Hm, Hightech kommt wieder hier Mal gucken, was er uns hier verrückt Und der B-Boy, da oben heißt Mit Maus 1 willst du einen Reiter? Okay So, mal also eine Alter, das ist natürlich hier heftig, ey Herstellung Rater, Quechst Blüte, Quechst Ja, heftig, ey So, dann machen wir die Scheiße mal auf hier Hm, ja Geh auch mal ein Stück zurück Ist besser Was da passiert Oh, ist offen Oh, ist offen Hier waren nämlich noch ein paar Thronen Das ist natürlich mal Beinahe Vergessen Und bevor wir da hochfahren wieder Machen wir hier erstmal Einen kleinen Stopp Und sehen uns dann im nächsten Part Haut rein